Meistens ist es so, dass die Patienten eine akute Erkrankung erlitten haben. Sei es jetzt ein Sturz mit einer Schenkelhalsfraktur, sich die Hüfte gebrochen haben, das Becken gebrochen haben oder ein akuter Infekt, Schlaganfall. Das Ziel ist dann bei uns, dass wir den Patienten medikamentös, medizinisch weiter behandeln und ganz wichtig die Kombination mit den Therapien, das heißt, die Patienten bekommen Ergotherapie, Physiotherapie, die Pfleger arbeitet aktivierend therapeutisch, wie wir das bezeichnen, damit der Patient wieder in seine Selbstständigkeit zurückkommt und sich in seiner Mobilität verbessert. Das Konzept der Geriatrie beinhaltet eine Teamarbeit, das heißt, dass wir Ärzte, Pflegekräfte, Therapeuten, dazu gehören die Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und die Logopäden gemeinsam mit dem Patienten, für den Patienten arbeiten. Wir besprechen uns täglich, legen die aktuellen Defizite, Probleme dar, gucken, was wir für Zielsetzungen für den Patienten definieren können und da stellen so für den Patienten dann einen individuellen Therapieplan. Unsere Gedanken, wie es danach weitergeht, beginnen eigentlich gleich schon zu Anfang, dass wir uns natürlich die Frage stellen, kann das alte Konzept, wie der Patient zuvor versorgt war, weiter bestehen bleiben? Wenn wir merken, da muss nachjustiert werden, wir brauchen Ergänzungen, wir haben einen Sozialdienst, Entlassmanagement, mit dem wir dann gemeinsam und mit dem Patienten und den Angehörigen besprechen, was muss optimiert werden, wie muss es optimiert werden. Darüber hinaus haben wir die Möglichkeit, die Patienten weiter an unsere Tagesklinik anzubinden, damit die Patienten eben weiter auch noch ihre Therapieeinheiten bekommen können.